Also hier ist für uns empty. Wir können hier nicht weiterfahren. Wir sind hier am East Crocodile River und jetzt schaut mal da aufs Wasser. Seht ihr das Krokodil da? Hier wimmelt es vor Krokodilen. Guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Und ich habe gedacht, ich könnte hier durchfahren. Es hat jetzt knapp 40 Zentimeter. Geht natürlich nicht. Ich glaube, der geht jetzt hier sogar über dieses Ding rüber. Guckt euch das an. Das ist kein Holzass. Hier, guckt mal. Guck mal, der geht hier durch. Wow. Mitten. Schwupp. Wow. Habt ihr das gesehen? Der totale Wahnsinn. Und hier ist eine, hier fischen die nicht nach Krokodilen, sondern die sind hier, die haben Fische.